Deutschland gilt als Steuerparadies, wenn es um Kryptowerte geht. Kein Witz, das ist wirklich so, denn es gibt hier eine 1-Jahre-Spekulationsfrist. Bedeutet, wenn ihr Bitcoin kauft und das ein Jahr lang haltet, dann ist das danach steuerfrei. Wir schauen uns das gleich im Video im Detail an, aber viel wichtiger ist was anderes. Vor circa zwei Wochen hat mir eine sehr vertrauenswürdige Quelle genannt, dass dem Bundesministerium für Finanzen angeblich ein Vorschlag vorliegt, von der EU eine europaweite einheitliche Besteuerung für Privatpersonen für Kryptowerte durchzubringen. Und das hätte bedeutet, dass diese ideale Situation, die wir gerade in Deutschland haben, nicht mehr gelten würde. Joanna Cotar hat auf Basis dieser Informationen jetzt angefragt beim Bundesministerium für Finanzen und hat eine Antwort erhalten. Was die Antwort war und wie die Besteuerung derzeit in Deutschland aussieht, das erfahrt ihr im Video. Ganz viel Spaß damit. Immer wenn es um das Thema Steuern geht, muss ich sagen, dass ich kein Steuerberater bin und dass das, was ich hier sage, möglicherweise auch falsch sein kann und dass ihr natürlich eure Steuererklärung, wenn ihr sie macht, immer am besten überprüfen lasst von einem wirklich richtigen Steuerberater, der euch dann bestätigt, ob die Dinge sind, wie ich sie hier zum Beispiel genannt habe oder nicht. Das heißt, ihr dürft euch da nicht auf mein Wort verlassen. Dazu bin ich verpflichtet, das zu sagen. Aber ich habe natürlich hier auf dem Kanal auch schon unzählige Steuerberater in Interviews gehabt, die natürlich schon die eine oder andere Aussage auch bestätigt haben. Also heute geht es erstmal nochmal um dieses Thema, denn das ist für uns hier in Deutschland wirklich relevant. Die Besonderheit, die wir in Deutschland haben, ist, dass wenn du Bitcoin kaufst und damit sind jetzt keine Trading-Bitcoin-Derivate gemeint auf Handelsplattformen, wie es die bei Bybit oder anderen gibt. Es sind wirklich Spot-Bitcoin gemeint. Also Bitcoin als Rohstoff, den ihr kaufen und auszahlen könnt auf eure eigene Wallet. Das sind die Bitcoin, die einer Spekulationsfrist von einem Jahr unterliegen. Was heißt das genau? Wenn ihr Bitcoin kauft und diesen Bitcoin-Anteil, das kann ein kleiner Anteil, auch ein ganzer Bitcoin sein, mindestens ein Jahr liegen lasst, dann ist er nach einem Jahr und einem Tag steuerfrei. Bedeutet, jeder Gewinn ist dann einfach eures. Wenn ihr jetzt in unter einem Jahr verkauft, dann müsst ihr diese versteuern mit, Achtung, eurem Einkommenssteuersatz. Und je nachdem, wie viel ihr verdient, kann das variieren. Nach oben gibt es da Spitzensätze von über 40%. Das heißt, das kann unter Umständen bei einem wirklich großen Verdienst auch heißen, dass ihr zum Teil richtig hohe Steuern auf eure Bitcoin-Gewinne zahlen müsst, sofern ihr in unter einem Jahr verkauft. Oder wenn ihr Kryptowerte im Allgemeinen handelt und ständig rein und raus geht. So, das heißt, im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit, mit Trading eine Steuerfreiheit auf viele Jahre outzuperformen, nahezu unwahrscheinlich oder unmöglich. Also, in Deutschland macht es wirklich absolut aus dieser Betrachtungsweise Sinn, Bitcoin zu kaufen und einfach so lange liegen zu lassen, wie es nur geht. Und diese Situation hatten wir zum Beispiel auch in Österreich. Bis vor wenigen Jahren war das dort genauso. Und dann gab es dort eine Änderung. Diese Änderung hat die Kryptowerte im Allgemeinen zu Finanzprodukten gemacht, womit sie da einer 26,5%igen Besteuerung unterliegen. Können auch 27 oder 25 sein, aber irgendwas in diesem Bereich. Und jetzt ist es nun mal so, dass jetzt jedes Mal, egal wie lange ihr Bitcoin haltet, immer wenn ihr verkauft, eben diese 26% Steuern zahlen müsst. Das ist natürlich für Sparer extrem schlecht, für Spekulanten ist es gut. Und dann muss man natürlich jetzt die Frage stellen, oh, trifft das auch die Österreicher, die schon vorher Bitcoin besessen haben? Ja und nein. Wenn deine Bitcoin vorher schon steuerfrei waren, dann bleiben sie das auch. Wenn du Bitcoin gekauft hast und ein halbes Jahr später diese Regelung kam, dann war dieser gesamte Bereich, die Bitcoin, die du seit diesem Zeitpunkt gekauft hast, mit in dieser neuen Regelung drin. Heißt, das Gute in Deutschland gibt es diese Regelung nach wie vor. Nach einem Jahr sind deine Bitcoin steuerfrei. Der Trick wäre also, Bitcoin kaufen, ein Jahr zittern, dass die Bundesregierung in diesem Jahr hoffentlich keine Veränderung dieser Regelung bringt. Und nach einem Jahr kannst du eigentlich aufatmen und dann solltest du erstmal die nächsten Jahre keine Bedenken haben, was das Thema Steuern betrifft. So, unter der Berücksichtigung, du tauschst nicht Bitcoin in andere Kryptowerte und zurück, du tauschst nicht Bitcoin in Euro, das ist dem System dabei auch egal. Wichtig ist, du tauschst sie nicht. Die müssen einfach liegen bleiben. Also auch wenn du in andere Kryptowerte tauscht, wird diese Haltefrist immer wieder zurückgesetzt und ein Steuervorgang ausgelöst. Und in diesem Moment ist es eben jetzt ganz besonders wichtig, dass für uns das so lange möglich bleibt, wie es nur geht, damit wir als Bürger eben die Möglichkeit haben, uns finanziell abzusichern, gerade in Zeiten, wo man vielleicht auch Sorge hat, dass das Rentensystem langfristig nicht mehr funktionieren kann oder Gesundheitssysteme nicht mehr funktionieren können, dass man etwas hat, was systemlos gelöst als Alternative eine Wertaufbewahrung darstellt und das vor allem in diesem Sinne eben auch steuerfrei auf lange Sicht. So, und jetzt gab es eben vor circa zwei Wochen jemanden, der ist auf mich zugekommen und ich kann euch nur so viel sagen, die Person ist wirklich, wirklich vertrauenswürdig und hat sehr gute Kontakte bis in die Regierungsebene oder zumindest vor allem, was diesen Steuerbereich angeht. So, und die Person hat mir gesagt, der Regierung liegt jetzt ein Vorschlag vor, dass die EU angeblich vorhat, wirklich diese Besteuerung von Kryptowerten europaweit zu vereinheitlichen. Und zwar, so wie es ausschaut, nach dem Modell, das in Österreich umgesetzt wurde. So, ein Schelm, wer da Böses denkt und natürlich gibt es auch einige Unternehmen, die dadurch profitieren, nämlich genau die Unternehmen, die euch die Produkte anbieten, die man häufig handeln muss, zum Beispiel Krypto-ETFs oder auch viele Krypto-Token, die man, naja, vielleicht auch in Situationen, wenn sie mal kurz hochgehen, schneller handelt. Also solche Unternehmen haben durchaus Interesse an solchen Besteuerungsregulierungen, insbesondere weil das für die das Thema der Besteuerung einfacher macht. Und natürlich schießt man damit die Konkurrenz ein bisschen raus, die vor allem vielleicht nur Bitcoin im Portfolio hat und sagt, naja, vielleicht wäre es das Beste, wenn du einfach nur hältst und sparst. Einfach mal so als Gedankeneinstoß. So, das Thema haben wir vor einiger Zeit hier auch schon mal aufgegriffen. Da gab es nämlich schon mal diese Forderung. Schaut mal hier, was ihr hier seht, ist eine EU-geplante Änderung. Das ist das, wovon ich gerade geredet habe, aus dem Jahre 2023. Und dieser Änderungsvorschlag, der war schon sehr ähnlich zu diesen Infos, die ich jetzt bekommen hatte. Joanna Cotar, die die Initiative Bitcoin im Bundestag ins Leben gerufen hat und ja derzeit fraktionsloses Mitglied des Bundestages ist, hat jetzt eine Anfrage gestellt an das Bundesministerium der Finanzen. In dieser Anfrage, ob eine derartige Änderung auf EU-Ebene kommen könnte, gab es jetzt diese Antwort. Hierzu sind der Bundesregierung derzeit keine konkreten Pläne oder Vorschläge bekannt. Der zitierte Artikel bezieht sich auf eine der Eigenmittel der Europäischen Union betreffenden Entschließungen des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2023. Die Idee einer europäischen Steuer auf Kryptowerte wurde im weiteren Verlauf weder von der Europäischen Kommission noch von den Mitgliedstaaten aufgegriffen. Es gibt gleich noch ein weiteres Zitat, das ich vorlese, aber zur Einordnung hierzu. Das Interessante ist, dass das vielleicht an der Stelle jetzt damals nicht weiter verfolgt wurde, aber über den aktuellen Fall wurde da jetzt nichts gesagt oder es wurde gesagt, da sei jetzt gerade nichts bekannt. Das muss jetzt erstmal nichts heißen, außer dass die angefragte Stelle nichts davon weiß. Es kann auch sein, dass mein Kontakt tatsächlich noch eine Ebene tiefer sitzt. Das können wir hier an dieser Stelle aber nur mutmaßen. Erstmal ist das eine Entwarnung. Wie gesagt, es kommt gleich noch ein weiteres Zitat. Was vielleicht spannend ist als Detail zu diesem ganzen Thema, das wäre tatsächlich das allererste Mal, dass die EU überhaupt die Besteuerung von Privatpersonen auf EU-Ebene regelt, weil das war bisher immer den Ländern selbst überlassen. Und wisst ihr, das ist auch das, was ich mittlerweile zunehmend kritisch finde. Wir wählen ja gar nicht so direkt die EU. Also klar, wir können unsere Vertreter für die EU wählen, aber viele andere Länder wählen da auch mit und können dadurch aber Regeln erwirken, die natürlich am Ende auch für uns in Deutschland gelten. Teilweise sogar Steuerregeln. Und das ist natürlich etwas, was sich unserer direkten Wahl auch ein Stück weit entzieht. Und dementsprechend eigentlich auch in meinen Augen nicht auf EU-Ebene geregelt werden sollte. Aber das ist auch nur eine Sichtweise auf das ganze Thema und macht eigentlich auch nur die Problematik klar, die wir hier haben. Wir sind diesem Thema sowieso ausgeliefert, wenn das mal irgendwie kommen sollte oder dann tatsächlich doch angestrebt wird. So, ein zweites Zitat aus diesem Antwortschreiben ist folgendes. Die Bundesregierung begrüßt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten beim zukünftigen Kryptowerte-umfassenden automatischen Informationsaustausch, in Klammern DAC8, und den inhaltlichen Austausch über die unterschiedlichen nationalen Besteuerungsregime, hebt aber zugleich die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die materialrechtliche Ertragsbesteuerung hervor. Also, auch hier ist nochmal spannend zu erwähnen, DAC8, darüber haben wir auch schon berichtet. Das ist etwas, das merkt ihr im ersten Moment nicht. Das macht aber vor allem den ganzen Unternehmen in der EU das Leben schwer, die irgendwas mit Kryptowerten machen, denn die sind jetzt in Zukunft verpflichtet, eure Steuerinformationen zu erfassen und auch systemisch auswerten zu können und möglicherweise auch zu übermitteln, insbesondere dann, wenn Auffälligkeiten in diesen Sachen auffallen. Und das ist natürlich interessant, weil bislang, wenn wir mal die alte Welt betrachten, war es ja so, ihr hattet irgendwo ein Depot und über dieses Depot konntet ihr zum Beispiel Aktienprodukte kaufen. Und im Hintergrund war das alles miteinander vernetzt. Das heißt, es war relativ leicht zu ermitteln, wo ihr Steuern habt und wenn ihr euer Depot zu einem anderen Broker übertragen habt, sind all diese Informationen mitgekommen. Im Kryptobereich ist es nun mal so, ihr könnt eure Kryptowerte selber verwahren und ihr könnt die auch natürlich von einem ganz anderen Broker oder Dienstleister oder sogar privat erhalten haben. Und an der Stelle wird es natürlich für die ganzen Unternehmen extrem schwierig, das alles nachzuvollziehen und hier eine, ich nenne es mal, lückenlose Steuerhistorie oder auch die Überprüfung von dem First In, First Out zu machen. Und das ist eigentlich nahezu nicht möglich und sorgt vor allem wieder dafür, dass ganz große Unternehmen mit einem großen Mitarbeiterstamm solche Dinge leichter bedienen können, kleinen Unternehmen das Leben schwer gemacht wird. Auch hier ist die Vermutung nahe, dass bei dieser ganzen Regulierung die Lobbyarbeit großer Kryptounternehmen und großer Kryptobroker möglicherweise sogar Teil waren. Dass die das extra machen, um kleineren Unternehmen das Feld schwer zu machen und für sich eben dank der Regulierung ein Feld zu haben, wo sie nicht so schnell angegriffen werden können. Ja, und das macht das Ganze für euch natürlich möglicherweise auch komplizierter, weil ihr eventuell irgendwann dazu verpflichtet seid, diverse Informationen auch immer nachzuhalten und zu übertragen. Da gibt es Gott sei Dank gute Mittel und Wege für. Ich habe das euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Zum Beispiel hier das Tool Coin Tracking. Mit dem könnt ihr all eure Krypto-Transaktionen erfassen, auch wenn es nur Bitcoin ist. Könnt auch darüber jedes Jahr eine Auswertung machen, wie viele Steuern ihr zu zahlen hättet. Das könnt ihr auch zwischendurch einfach machen, um nachzuschauen. Ihr könnt solche Reports, die dort erfasst werden und auch erzeugt werden können, als PDF oder auch als Excel-Listen euren Steuerberatern übermitteln oder sogar bei Bool Media über einen Importknopf importieren. Die Sache ist halt hier, was gut ist, ihr könnt beim Importieren über den neuen Import teilweise die Dienstleister wie 21-Bitcoin-App oder Coinfinity direkt auswählen. Ihr könnt aber Transaktionen auch ganz manuell importieren und auch teilweise automatisiert, wenn ihr das wollt. Das Tool ist übrigens bis 200 Transaktionen kostenlos nutzbar, was auch nochmal ein Vorteil ist. Wenn ihr mehr braucht oder komplexe Dinge braucht oder viel gemacht habt oder komplexere Imports benutzen wollt, dann könnt ihr euch gerne auch ein Produkt kaufen. Mit dem Code BLOCKTRAINER bzw. dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr da nochmal 10% gespart auf das Produkt. Und noch eine wichtige Info vielleicht am Rande, weil Coin Tracking ein sehr komplexes Tool ist und manchmal auch, vor allem wenn man schon länger im Kryptospace ist, ich sag mal vergangene Sachen auch komplex werden können, dann haben die auch hier im Steuerreport den Full Service. Da gibt es mit dem Code BLOCKTRAINER auch nochmal 5% Rabatt. Da sind dann wirklich Steuerberater, die das Tool kennen und sich mit euren Themen auseinandersetzen, die wirklich als direkte Dienstleistung euch helfen, alles zu importieren und auszuwerten. Das lohnt sich natürlich gerade dann, wenn ihr mit extrem großen Summen hantiert habt. Das ist halt eine richtige personelle Dienstleistung an der Stelle. Also den Link zu Coin Tracking findet ihr unten in der Videobeschreibung, da gibt es ein bisschen Rabatt. Unterstützt unsere Arbeit damit. Ihr müsst den aber natürlich auch nicht benutzen, wenn ihr ihn nicht wollt. Habt aber auch keinen Nachteil, sondern nur einen Vorteil. Ja, dank solchen Tools ist es natürlich dann auch leichter, sowas zu erfassen. Aber ihr merkt schon, die Komplexität wird trotzdem nicht kleiner. Und das ist nicht dem Thema Bitcoin oder Krypto geschuldet, sondern ganz einfach der Regulierung. Und die wird immer schärfer und greift immer mehr um sich. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich in Deutschland das eine Thema. Das andere ist, dass wie gesagt eigentlich durch die Haltefrist Deutschland schon fast eine Steueroase für derartige Kryptowerte ist. Jetzt noch ein paar Tipps meinerseits. Und hier nochmal die Erwähnung, ich bin kein Steuerberater. Nur sind das eben auch die Dinge, die ich in Interviews mit Steuerberatern damals so erfahren habe. Folgendes ist der Punkt. Wenn ihr Mining betreibt und das privat macht, mit einer eigenen Maschine zum Beispiel, oder ich bin nicht ganz sicher, ob so ein Cloud-Mining auch darunter fällt, aber wenn ihr selber Mining betreibt und regelmäßige Einnahmen habt, dann kann das passieren, dass das Finanzamt euren Kryptobestand, der unabhängig vom Mining ist, sofort als Teil eines institutionellen Investments oder eines institutionellen Bestandes einordnet. Und das könnte bedeuten, dass diese Steuerhaltefrist für euch schlagartig nicht mehr gilt. Denn für Unternehmen in Deutschland gibt es diese Haltefrist nicht. Wenn ihr ein Unternehmen seid, ein Mittelstandsbetrieb oder eine GmbH und ihr haltet da drin Bitcoin, dann sind die immer steuerpflichtig beim Verkauf. Und so ist es nämlich jetzt hier bei diesem Thema möglicherweise auch. Also wenn ihr Sachen macht, wo das Finanzamt euch einstuft als institutionelle Person oder als Person mit einer Gewinnabsicht, dann kann das sein, dass diese Spekulationsfrist beendet wird. Also vorsichtig mit solchen Sachen, informiert euch da gut vorher. Es gibt einen guten Grund, warum Bitcoin im Allgemeinen immer einfach dazu raten, hey, pass mal auf, du hast am wenigsten Aufwand, wenn du einen Sparplan machst, wenn du einfach deine Bitcoin liegen lässt und dich nach 10 Jahren vielleicht freust, dass ein Bitcoin, den du vielleicht für 50.000 Euro gekauft hast, eine Million wert ist, steuerfrei dein Geld, wertglücklich. Das ist ein Riesenunterschied zu, du machst irgendwelche Sachen und versuchst, nicht nur den Bitcoin-Kurs damit auch zu performen, plus du gehst ein Risiko ein, sondern musst möglicherweise dann auch noch alles immer versteuern, was du daraus hast. Die Chance also, den Einmalkauf auch zu performen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das betrifft, wie gesagt, auch das Trading und viele andere Themen. Da gibt es auch nochmal andere Besteuerungen. Natürlich, wenn ihr nicht Bitcoin per se handelt, sondern eben Derivatprodukte oder Hebelprodukte. Dort sind dann sowieso diese Steuerthemen nochmal anders. Und da gibt es dann auch Obergrenzen, die ganz schnell erreicht werden können. Das ist dann sehr komplex und führt auch schnell dazu, dass man in Steuerfallen reinläuft, weil man zum Beispiel bei solchen Hebelprodukten nur 20.000 Euro Gewinn mit einem Verlust wieder entgegensetzen kann. Das heißt, wenn du mit 1.000 Euro 20 Mal gewinnst, also deinen Einsatz verdoppelst, 20.000, und dann wieder 20 Mal verlierst und das nochmal machst, dann hast du am Ende 20.000 Mal Gewinn, 20.000 Mal Verlust, 20.000 Mal Gewinn, 20.000 Verlust. Und du kannst aber eben nur von diesen insgesamt 40.000 Gewinn nur 20.000 Verlust gegenüberstellen. Das heißt, das Finanzamt rechnet so, als hättest du trotzdem 20.000 Gewinn, obwohl dein Kontostand Null ist und du musst den besteuern mit eben 25, 26 Prozent. Also 5.000 Euro werden dir dann abgezogen, obwohl du mit nichts dastehst. Also solche Sachen sind hochgefährlich, gerade beim Trading. Und das sind alles eben gute Gründe, die eher für das Hodeln, also das Halten von Bitcoin im Allgemeinen sprechen. Und ja, die auch so ein bisschen klar machen, dass dieses Thema der Besteuerung durchaus komplex sein kann und gefährlich sein kann. Jetzt kommt der andere Punkt. Und viele sagen, ja, ey, ganz ehrlich, kriegen die ja eh nicht raus. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Die Finanzsysteme, die werden immer besser in diesem Bereich und die Blockchain per se, die speichert alles. Und die können natürlich auch sehen, wenn du bei einem Dienstleister Bitcoin gekauft hast und dieser Dienstleister auf deiner Adresse deine Bitcoin ausgezahlt hat. Du kannst natürlich versuchen, im Nachgang da Transaktionen zu verschleiern, aber sei dir einfach immer bewusst, die Mechanismen, das zu entwirren, werden immer besser. Und möglicherweise passiert ja auch nie irgendwas. Aber es kann auch sein, dass man irgendwer Fragen stellt. Und dann wäre es gut, wenn man eben nachweisen kann, was man gemacht hat und wo man was liegen hat. Zumindest in dieser Situation, wenn man eben dann irgendwie auffällig wird oder warum auch immer irgendein Warnsystem getriggert hat. Und an der Stelle einfach nochmal zur Erwähnung dafür, gerade um sich vor sowas zu schützen, ist eben Cointracking da. Du kannst dort alles erfassen und kannst natürlich danach auch alles lückenlos nachweisen. Also hier nochmal die absolute Empfehlung. Und nochmal der Hinweis auf den Link in der Videobeschreibung. So, ansonsten für euch sind jetzt die Blogtrainer-Event-Videos da, beziehungsweise das erste ist jetzt gestartet. Ich verlinke es jetzt gleich im Abspann. Die nachfolgenden werden jetzt die nächsten Tage kommen. Findet ihr jetzt auf YouTube. Und ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit. Ihr seht das schon. Leider ist die Bildqualität nicht optimal. Das war auch für das Studio, wo wir dieses Mal das Event hatten, das erste Mal, dass es so ein Event gab. Das nächste Mal würden wir bei der Kameraaufnahme nochmal ein bisschen mehr auf die Qualität achten, auf eine andere Zoom-Stufe. Aber das ist nicht ganz so wild, denn es geht ja nun mal auch viel mehr um das gesprochene Wort. Und der Ton ist sehr gut dabei. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, beziehungsweise ist das schon da und gleich im Abspann verlinkt. Dann den Contracting-Link in der Videobeschreibung. Und dann noch kommentieren, denn ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Glaubt ihr, wir werden hier noch viele Jahre diese Steuerfreiheit genießen können in Deutschland? Diese Spekulationsfrist von einem Jahr? Oder denkt ihr, das könnte sich bald ändern? Ich bin gespannt auf eure Meinung, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ein schönes Wochenende und bis bald. Macht's gut, liebe Leute und tschüss zusammen.